Herzliche Einladung zu unseren beiden kommenden Online-Vorträgen. Die Welt in der Krise. Was bleibt unerschütterlich? Vieles, was noch vor einigen Jahren als unveränderlich galt, wird vor unseren Augen ins Wanken gebracht. Es stellt sich mehr denn je die Frage, was hat wirklich Bestand? Das Wort Gottes gibt uns hierauf die Antwort. Die Gemeinde Jesu soll das unerschütterliche Reich Gottes sein. Doch wie gelangt sie dahin? Und wie bereitet sie sich für die Wiederkunft Jesu vor? Herzliche Einladung zu unseren beiden kommenden Online-Vorträgen. Am 26. und am 27. November, jeweils um 20 Uhr. Zugang über himmlisches-jerusalem.de In der nächsten Mal alleine! Untertitelung des ZDF, 2020